In der letzten Folge, was haben wir denn gemacht? Wir haben dieses Mädchen da, diese Hure halt. Die Hure haben wir rennen lassen, gehen lassen, weil ich wollte sie nicht umbringen. Und mein lieber Dominion hat das offenbar genauso gesehen, was mich sehr gefreut hat. Ah, da, hier, die brauch ich. Die will ich haben. So, gib mir das. Gib mir die. Jetzt kann ich mal voll laden, weil hier scheiß ja genug Munition. Gib mir jetzt. So, und... Ey, ey, scheiße. Gib mir die. Da ballert einer. Da unten ballert einer. Jetzt habt ihr den gesehen, da. Da ist einer mit der Tommy Gun. Der will auf den Tommy schießen mit seiner Tommy Gun. Äh, warte mal, warum mach ich? Ich muss den ja irgendwie... Scheiße, der macht mich doch alle hier. Hallo, Abdo. So, kann ich mir da unten den Tommy Gun holen. Das ist ja super. Super. Da komm ich hier auch besser... Oh, scheiße, hier geht's ja gar nicht weiter. Kannst du mir nicht mal die Tommy Gun rüberwerfen hier? Lacht noch mal. Tja, also geh mal runter zum Priester. Alter, wir gucken hier. Geh doch mal rein. Ja, da kannst du nicht hin. Okay. Dann muss ich wohl hier runter. Äh, nein. Scheiße, ich wollte... Fuck. Und wurde unerwartet von uns genommen. Der Herr empfängt seine Herde mit offenen Armen. Ja, da traf ich bei. Und Leute wie Billy werden selig ins Himmelreich aufgenommen. Ja, oder in die Hölle. Billy war ein guter Sohn, Bruder und Freund. Ihr ahnt, wer das ist, oder? Das muss wohl der Sohn vom Stadtrat sein. Den kenn ich doch. Sie wissen, dass ich Billy heute die letzte Ehre erweisen möchte und... ...und ihm sagen will, dass er für mich... ...wie ein Bruder war. ...und dass sein Tod ein großer Verlust war. Nein! Was soll? Ich war bei seinem Tod anwesend und, äh... Wie? Das ist der Mann! Nein, ich war's nicht! Das ist der Bastard, der Billy getötet hat! Mach den fertig! Oh, jetzt geht da die ganze Trauergemeinde auf mich los, oder was? Auf den Boden, Vater! Ach, du Scheiße! Ach, du... Warte mal auf, du schießt, du blöder Spocko! Meine Hände zittern! Scheiße, wie soll ich denn so schnell... So, du hast Frauen und Kinder, das ist aber nicht mein Problem. Hau ab, Kiel! Sonst schieße ich, aber er ist jetzt hier Gangster... Oh, hör auf! Er ist jetzt Gangster und wer ist Trauergemeinde? Ich will ja nicht die Unschuldigen töten! Bentornati! Alla familia di Don Salieri! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia! Wir spielen das Ende der Mission Die Hure! Und da steht's auch wahr, zurück zu Salieris! Das werde ich auch gleich machen! Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, In der letzten Folge habe ich die Trauergemeinde vom Stadtrasson getroffen und... Ja genau, zwar im wahrsten Sinne des Wortes getroffen! Ich habe sie nämlich alle umgenietet, das ganze... Ich sehne das ganze Pack da drin! Und dann hätte ich oben in den Haar, hätte ich den... Oh, Scheiße! Oh, du hast aber eigentlich... Ich glaube, ich hau besser ab... Äh, da hätte ich oben in den Haar eigentlich den Priester noch umgenietet! Äh, hau doch mal abgeh'n! Schieß da! Du, da liegt auch! So, du... Ihr seid ja beide hin! Das ist ja super! Und du hast keine Waffe! Oh, da blutet auch die ganze Treppe voll! Da ist noch ein... So, Dankeschön! Äh, es ist, glaube ich, Zeit abzuhauen, oder? Seht ihr das auch so? Ich denke, ich steige da mal besser ein... Ah, ist ja super! Das ist ja offen! Jetzt merke ich auch gar nicht... Das ist ja ein Leichenwagen! Verdammt! Ich hoffe, dass der Sarg nicht für mich ist! Aber Scheiße! Ich habe schon wieder Pullen im Arsch! Warte mal zu jetzt hier, Tobi! Was soll denn da... Ah, fuck! Was wird denn da... Äh, hier rein! Komm, hier rein! Hier rein! Äh, warte mal! Wo muss ich... Ah, genau! Zu Salieri, so nicht! Ah, gut! Aber hier! Ah, was denn das hier? Da wird ein Schaukel hier! Ah, hey! Hey, hey! Das war eine erbliche Pracht! Hört mal auf, da drauf zu schießen! Der ist doch schon tot! So! Hier fängt gerade zu stinken, wenn ich nicht auf die ganze Stadt fahre! Ich hoffe, der mag es nicht für mich! Kann man jetzt so offen! Alter! Hey, fuck! Ist das eine Schleuder hier! So, fahr da mal zu! Ach, fuck! Hör mal auf den Fallen, du Arsch! Blöder Pender! So! Lass mich doch da mal hier rein! Ah, ha, ha! Super! Alter, Alter, Alter! Alter, Alter! Fahr nur zurück, Tommy! Genau! Fahr zurück, Fahr zurück, Fahr zurück! Ah, das werden ja immer mehr! Was soll denn das? Ach, genau! Zu schießen! Oh, fahr, 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 Tommy! Fahr, fahr! Oh, das ist aber auch eine Scheissschraubbälle hier! Oh, was ist denn das? Oh, scheiße! Straßensperren! Fuck! Oh, jetzt hab ich Platte! Überall Platte! Oh, guck doch mal mein Auto an! Das ist ja alles voller Lächer hier! Komm ja mal nicht mehr weg hier! Oh, Schleuder! Guck doch mal an hier! Oh, fuck! Schleuder! So, komm, gib Gas, gib Stöpfchen! Oh, ei, ei, ei! Krieg ich denn überhaupt noch die Kurve so? Ja, also, ich bin's ja los! Ah, ich konnte flüchten! So, und jetzt musst du aber gucken, Tommy, dass du den Wagen da heil heimkriegst. Weil den will ich zu Salieri bringen, das Auto. So, das ist doch passend für die Mafiosis, oder? Für die Mafiosos! Nein, die Mafiosos, jetzt plural war Mafiosis und Singular war Mafioso. Also, für die Mafiosis! Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, den Wagen hätte ich gerne mitgebracht, weil das ja... Oh, scheiße! Das ist ja auch eine Sperre! Was mache ich denn jetzt? Okay, ich werde versuchen... Oh, mein Platte habe ich ja schon! Das kann nicht mehr schlimmer! Ja, komm! Fahr! 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 Die schießen mir das ganze Auto zusammen! Fahr! Oh, nein! Nein! Seht ihr das? Ich komme doch kaum weg! So, komm! Fahr! Fahr! Ah, es geht runter! Super! Fahr zu! Fahr zu, Fahr zu, Tommy! Fahr zu! Gib Stoff! Gib Stoff! Gib Stoff! Komm! Drüber! 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 Hoppje! Oh, nein! Noch mehr! Fuck! Nein! Oh, 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 oh! Ähm, tja! Ähm, naja, versuch! Okay, ich versuch's nochmal! Äh, dann gehen wir jetzt vielleicht besser gleich und ich werde hier mal nachladen zur Sicherheit! Da ist keiner, oder? Okay, und der war ja... Oder? Nicht, dass ich jetzt... Okay, der war ja offen, genau! Bei dem will ich mitnehmen! Leute, den hätte ich gerne... Den hätte ich gerne dabei! So, jetzt lass mich mal losfahren hier! Komm! Nein, nicht schon wieder! Fuck! Das war euer Scheinwerfer, der da von meinem Dach fällt! Nicht weiter! So! Und wie gesagt, ich hab mal nervliche Ware geladen! Jetzt passt er mal auf! Der fällt mir doch aus dem Auto hier! Ah, fuck! Verdammt, die Schleuder hier! So, ist jetzt noch offen! Ach komm, ich biege doch da! Ah, nicht schubsen! Ich biege doch da ab und werde die erst mal schnell abhängen! Vielleicht kann ich mich da dann irgendwie verdrücken! So, komm! Hier rein, hier rein, hier rein! Ja, genau! Ich bitte los! Und dich nieb dich um, du Dreck-Sau, du Bullen-Sau! Batsch! So! Super! Super gelaufen! So, jetzt kann ich, glaube ich, gehen, oder? Ja, genau! Jetzt kann ich gehen! Dem ist eine Waffe, die mich noch will! Aber abgehen! Weg! Mein Gott, vorrecht! Ja, ja, ja! So, kommt die nämlich mit! Die will ich gerne! Da war doch noch eine Waffe! Wusste ich's doch! So, du, hau doch mal ab jetzt! Genau! Hat das gehört! So, jetzt fange ich mal das Wegelchen heim! Das hätte ich nämlich gern! So, fange mal los hier! So, jetzt geht's zurück zu Saliris! Ich bin sie los! Ach, haut ab! Und den mach ich platz! Die Dreck-Sau da! Batsch! Ovi! Oh, Mensch! Ovi! Du bist einfach zu langsam! Betone! Betone! Gehol mich doch mal! Betone! Oh, scheiße! Da ist ja auch schon Bullen-Karen! Nix wie dick! Habt ihr gesehen? Da drin sind die Bullen auch schon! Fuck! Wo soll ich denn hin? Oh, ja, ja, ja! Okay, da geht zu Salieri! Komm, das hat alles kein Wärm-Diel! Komm! Ah, die schubsen mich schon wieder! Hör mal auf! Der fängt mir doch raus hier! Der Stinkler, den ich da hinten drin hab! Eier! Au! Der fängt mir doch auf die Straße hier! Oder der Müffler da in der Kiste! So, komm, gib mal Stoff hier! Ovi, du stehst da richtig ganz beschissen mitten auf der Straße! Die fahren dich noch rum! So, jetzt können wir alleine ziehen! Ciao, ihr Jungs! Oh, noch mehr Bullen! Scheiße, wie viel habt ihr von denen? Sag doch mal! Gibt's ja gar nicht! So wie Bulli sein! Noch! Oh, nein! Hört doch mal auf jetzt! Jetzt reicht's doch mal langsam, oder? Ich hab bestimmt schon vier Stück am Arsch! Ach, langsam! Langsam! Oh, nein! Schafssperre! Wohin? 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 Zurück! Hier rein! Ja, da kommen auch welche! Hilfe! Schiff, Valeri! Mach die hoch! Die riegel die Straße da! Könnt ihr mich wie immer rausschießen? Sozusagen? Nein! Fuck! Nein! Nein! Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Hau ab! Oh, nein! Fuck! Oh, guckt euch das an! Das gibt's doch gar nicht! Ah, lasst mich hier raus! Lasst mich raus! Fuck! Ich häng hier fest! Nein! Guck mal! Drei, vier, sieben, neun Bullen! Neun Bullen! Oder zehn, elf Bullen! Da kommt auch noch einer gerannt! Ich komm hier nicht raus! Ich kann nur hupen! So, leertalte eure Magazine! Die können mich auch mal auch nicht rausholen hier! Und da leben können sie mich auch nicht! Der Ballert zwar wie verrückt, aber es nützt irgendwie nix! Oder? Ich überlebe das! Ich bin kugelsicher, Gerl! Da könnt ihr eure Magazine leeren, das hilft nix! Die sieht so geil aus hier! Warte mal! Ich habe sechs... Sechs, acht, elf sind's mittlerweile! Aber ich kann nicht fahren! Ihr seht's! Der macht auch eine hübsche Rolle da hinten! Aber ich komm hier nicht weg! Ah, vielleicht jetzt? Ja, ja, komm! Komm, Tommy! Komm, Tommy! Quetsch dich langsam, aber sicher hier raus! Komm! Komm! Bisschen vor! Ich komm nur rückwärts hier raus! Komm, schiebt ihn mal weg da! Komm, schiebt ihn mal weg da! Die ganze Pate! Oh, je, je! Oh, das wird nicht... Kann das sein, dass es immer mehr werden, die hier rumzappeln? Oh, nein! Meine Vorscheibe ist kaputt! Oh, je, je! Jetzt fahr doch mal, Tommy! Verdammt! Oh, jetzt habt ihr mich erschossen, die Drecksäue! Tja, ich werd's wohl noch mal versuchen müssen! Fahr zurück zu Saliris! Ja, mach mal Eile! Komm, Eile, Peter, hier! Oh, die Drecksau, die hier erschieß ich! Ach, ey! Ah! Aua! Verdammt! Ich hab mir voll im Kopf geschossen! Und das hat mir überhaupt nichts gemacht, du blöder Penner! Gib mir die Waffe! So! Du hast meinen Stink gefrinzt wieder ab hier! Jetzt wird das nix hier! Meine Todesengel! So! Ah, fuck! Das macht ihr mir schon wieder das Auto kaputt! Nichts wie weg hier! Ei, 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 ei! Aber kann man das überhaupt hier irgendwie... Fuck! Ah! So, komm, jetzt gehst du hier runter! Komm, fahr hier runter! Das war doch gar nicht schlecht hier! Zu verstecken! Ah, fuck! Zu verstecken! Der schiebt den da schon wieder! Hau ab! Hau ab! Hau ab, lady! Geh weg! Oh, fuck! Nein, 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 nein! Steig aus, Tommy! Ah, nein, das gibt's doch gar nicht! Hier! Ich sterbe hier in einer Tour! Oh, du Drecksau! Das! Nochmal! Voll im Kopf! Ab! Da liegt er! So, super! Wenigstens eines! Als Genugtuung! Quasi, oder? Das muss nicht jetzt sein! Jetzt kannst du mir doch die Waffe geben! Danke! So, ihr könnt's nicht lassen, hä? So, da liegt er auf! Rett aber auf! Hier, was soll denn das? Oh, fuck! Du, fahr zurück zu Salieri! Schon wieder! Verdammt! So, jetzt sollte ich gucken, dass ich hier verdufte! Lass doch mal nach hier! Ah, scheiße! Da sind ja schon... Bullen, Bullen! Ne Bullensau! Äh, Tucken! Äh, da kannst du lange eine Rolle machen! Das nützt nichts! Nächst, kriegst du das im Kopfschuss! So, jetzt hau ich ab! Das besser! Ich verdufte! Äh, jetzt... Jetzt plane doch den Scheissdienst nach! Ah, scheiße! Äh! Steig ein! Steig ein! Fahr, Tommy! Fahr! Warum starten du den Deck ins Paneballon? Oh, nein, nein, nein! Das dauert ja ewig! Lass mich raus hier, sag ich! Ich will raus! Lass mich gehen! So, ciao, Jungs! Ich hoffe, dass das nicht mein Sache ist da hinten drin! Das ist jetzt mal ganz ehrlich! Hoffentlich ist das nicht... Hoffentlich ist der nicht für mich! Oh, fuck! Ach, fuck! Entschuldigung, mir her! Boah, scheiße! Nicht auf! Bleib! Bleib sitzen! Boah! Der mietet mich noch um hier! Schnell um die Ecke, Tommy! Um die Ecke! Um die Ecke! Dann könnt ihr nicht schießen! Genau! So! So ist... So machst du... So ist mein, Tommy! Achtung, geh nicht! Geh weg! Geh jetzt weg, der! Oh, scheiße! Fuck! Nein! Haha! Fuck! Jetzt wird da beider noch den K runtergestürzt! Geht dabei weg, ihr Spackos! Weg da! Weg da, sag ich! Ich hab verderblich in Pracht geladen! Oh, jetzt seid ihr schon wieder hier! So, da kannst du... Auf die Seite kannst du lange zielen! Hehehe! Oh, scheiße! Ich war doch schon wieder nach unten gestürzt! So, für dich fahr ich um, du dummes Auto! Komm hier, komm her! Genau, oh, scheiße! Nein, Lady, das war keine Absicht! Ich hab eigentlich auf den Ticket gezielt da! So, hu 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 hu! So, lass mich doch mal vorbei jetzt! So, scheiße, wie komm ich denn da? Achtung! Treppenflucht! Treppenflucht! Habe ich auch noch gleich den Bullen umgedientet! Ist ja super! Das ist ja klasse! So! So! Ah, da können wir doch hier auch noch gleich! Komm mal, Lachen! Hoppa! So, schon sind wir oben! So, da kommt die uns nie und immer nach! Ich glaub, ich bin nur los! Die dummen Bullen! So, hier! So, nicht zu weg hier! So, was zu Sanieri soll ich? Genau, zu Sanieri jetzt! Oh, da ist doch knapp! Ich hab da hinten, ich hab da verderbliche Fracht drin! Ah, hau ab, du! Ciao! Oh, der fängt mir an zu stinken, wenn ich ihn noch lange hier rumkurve! Oh oh! Seht ihr, was ich sehe? Gar nicht gut! Da ist... Oh, die haben auch einen Ackermann! Liegt sie wie weg hier! Komm zurück! Ah, scheiße! Hau ab, du! Hau ab, du! Hau ab, du! Kann ich nicht durch? Ah, ja, wieder mal weg! Da kann ich nicht durch! Ich muss die andere Brücke suchen! Ah, scheiße! Da oben auch! Oh, dich, 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 dich oben scheiße! Ah, zerwischen die wieder mal! Ah, nein! Da kann ich nicht hinten! Da kann ich nicht hinten! Äh, sag mal! Ah, nein! Da ist ja auch alles zu! Ah, je, je! Wo kann ich denn überhaupt noch hin? So, jetzt verdammt! Hör dir mal auf zu schießen, du blöde Sau! So, das war's mit dem! Warte, da oben! Ja, da ist immer noch gesperrt! Scheiße! Die machen hier alles dicht! Das ist nicht gut! Das ist echt nicht gut! Wo soll ich denn jetzt hin? Ja, ich muss ja über die andere Brücke! Jetzt breit mal wohl! Achtung! Weg nach! Äh, jetzt breit mal wohl nichts anderes, oder? Warte, 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 glaub ich! Ah, ich hab's an! Ah, komm! Fuck! Ah, ich krieg die Kutsche hier kaum um die Kurve! Ah, der ist auf! Ah! Ah, scheiße! Hör dir mal auf zum Feuer an, ihr Ärsche! Ah! Ah, fuck! Guck dir mal, wie mein Auto schon aussieht! Ah, ist ja alles gesperrt hier! Wo komm ich... Kann ich nicht überhaupt noch... Ah, scheiße! Ich hab einen Platten, oder? Jedes Mal hab ich einen Platten, glaub ich! Kann das sein? Ja, genau! Hinten links! Ihr seht's! Ach je, wie krieg ich denn die Kutsche jetzt noch heim? Alles voller Löcher hier! Verdammt doch! Doch, und Löcher! Mehr Löcher! Jo, ich muss da links! Ich muss da links, irgendwie! Ich versuch's mal über die andere Brücke, mit der Hoffnung! Jetzt bin ich ja wieder bei der Kirche! Halt! Ah, der lässt sich kaum noch eindrehen! Ihr werdet's! Ach, schleudern! Ah, nein! Ah, nein! Ah, fuck! Ja, jetzt hab ich, glaub ich, beide... Oder hab ich jetzt beide Platten hinteren? Ich weiß es nicht! Hört am Auto! Feuern! Das geht doch nicht! Habt ihr denn gar keinen Respekt vorm Tod? Ich hab da einen... einen roten Mann, hab ich da ein Auto! Das könnt ihr doch nicht machen! Das ist doch... Das macht man doch nicht! So, jetzt aber! Jetzt können wir... Ach, scheiße! Scheiße! Auch alles voller Bullen! Aber komm, hier kannst du... Hier kannst du gleich einschleichen! Komm, hier! Genau! Quatsch! Ah! Ah! Ah, nein! Da ist auch gesperrt! Ach, du Scheiße! Wie soll ich denn jetzt? Wo ist denn... Wo hat's kein Nagelmann? Wo ist kein Nagelmann? Fahr doch nur übers Nagelmann! Fahr doch! Fahr doch! Ah, jetzt will der da nicht drüber! Aber ich soll! Ja, ich seh schon! Hör aber auf hier mit deiner Scheissschieberei! Bist du ein Schmuggler! Ich kann gar nicht mehr vorwärts! Ich kann nur noch rückwärts! Er kommt da rein und mehr hoch! So, komm! Fahr los! Fahr los! Fahr los! Fahr los! Ja, scheiße! Ich glaub, der zweite ist aufgeblattet! So, okay! Ciao! Ah, jetzt hab ich den jetzt mal erwischt! Ah, scheiße! Jetzt hab ich so... Eine Eisbahn hab ich jetzt! Ah, ich kann den kaum mehr lenken! Guck mal rein, Lady! Geh sie doch mal aus dem Weg! Ich hab da keine Probleme hier! Wissen sie? Da geht's! Diese blauen Kerls! Die mögen mich oft mal sehr gern! Okay, warte mal! Ich muss da runter, glaube ich! Ja, das ist jetzt mein Problem! Ja, super! Die Schwierigkeit! Ah, ich kann den kaum erfahren! Und da ist schon wieder eine Sperre! Das gibt's noch gar nicht! Warte mal! Hier! Hier über die Drücke! Genau! Oh, okay! Hier rein! Hier rein! Nein, nein! Nicht da! Nicht da! So! Ja, genau! Hier! Hier ist besser! Gehen sie doch mal weg! Der hier! Ich will sie denn platt fahren, wenn ich nicht muss! Aber wenn ich muss, dann werde ich halt! So! Jetzt im Steffchen! Oh, der Wagen sieht aus! Oh! Jetzt hat der mich erschossen! Jetzt hat... Habt ihr gesehen? Da war einer! Ein Polizist auf der Straße! Er hat mich erschossen! Die blöde Sau da! Oh, das büßt du! Hier! Das büßt du! So! Da kannst du gucken, wo du bleibst! So! Und jetzt hätte ich gern den noch schnell geladen hier, wenn ich da grad schon hier rumstehe! So! Und vorne einsteigen! So! Nein! Auf den Fahrer sitzen! Dominus! Er fährt den! Er fährt den los! Er will den fahren! Warum fährt der den? Fahr doch mal! Wache! 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 Das gibt's doch nicht! Fahr zurück zu Salieris! Ja schon wieder! Ja schon wieder! Da komm ich doch nie an! Ich lade mal den Scheiß nach jetzt! Da ist keiner! Okay! Diesmal ist da keiner! Okay! Einsteigen! Und jetzt fahren wir direkt zu Salieris mit... Volo! Volo Carajo! Komm! Warte mal los jetzt! So! Das dauert immer ewig, bis die Scheißkarte mal gestartet ist hier! So! Kommt auf zu Salieris! Mit voller Carajo! Nein! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Nein! 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 Das könnt ihr nicht bringen! So! Jetzt fahr doch mal! Tommy! Kannst du denn nicht schneller? So! Schon wieder Polizei! Polizei! Überall wo ich bin ist Polizei! Kann irgendwie... Lass bitte mal raus hier! Oh! Nee! Oh! Nein! 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 So! Ihr habt's aber ein Licht! Aber springt da auch aus dem Auto! Ja jetzt kannst du da hoch! Jetzt warte mal! Warte mal! Warte mal ein Stück zurück! Tommy! Warte mal ein Stück zurück! Komm! Das Schiff... Genau! Jetzt geht nämlich die Brücke runter! Komm! Wir gehen noch ein bisschen weg da! So! Jetzt mit Carajo! Komm! Jetzt fahren wir los! Scheiße! Wird gleich gerabbt! Ja wusste ich nicht! So! Jetzt fahren wir mal los! Verdammt! Die hoppeln da wieder ein! Seid ihr am Poppen mit deinem Auto? Sagt doch mal die! Wir sehen das! So! Jetzt aber komm! Auf zu Salieri! Ist diesmal schaffen was! Komm! So! Jetzt komm! Ah! Volle Kanone hier! So! Wo muss ich hin? Warte mal! Ich muss da unten! Ja! Scheiß auf die Geschwindigkeit! Da ist mir scheißegal! Ich habe jetzt andere Probleme! Geht doch mal weg! Weg da! Sag ich! Ui! Weg da! Sag ich! Ui! Boah! Kamikaze hier! So! Hier geht's rein! So! Da ist die Brücke! Oder? Genau! Da ist auch schon Feuerwehrwagen! So! Hier! Komm! Da bin ich drüber! So! Komm! Ja! Die ist unten! Super! Endlich! Endlich! Was macht ihr? Seht ihr das? Du treibst es aber ab, Kerl! Du musst dein Stadtrat sein! Oh ne! Nicht schon wieder! Zum Glück war ich damit voll Karacho unterwegs! Sonst hätte ich die jetzt wieder an der Backe hier! Aieie! So! Komm! Aieieie! Zurück! Oder wie? Oder was? Genau! Haben wir ab! Autsch! Ey! Lass mich doch mal raus hier! Ey! Was machst du denn? Ich kann doch so gar nicht fahren! Jetzt muss ich da aussteigen! Ja super! Lass mich durch! Hast du noch ne Waffe? Hast du ne Waffe? Ah! Da kommen noch mehr! Lauf! 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 Ah fuck! Ich komm hier nicht weg! Was gibt's da nicht? Ja sowohl! Ich häng euch ab! Und wenn's mein Todesurteil ist! Komm! 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 Der ist ja schon tot dahintendrin, oder? Fahr doch mal, Tobi! Fahr doch mal los hier! Ja, also geht doch. Jetzt 75. Jetzt könnte es was werden. So. Jetzt hab ich bei euch. Jetzt müsst ihr mal gucken, wie das ist. So, ciao, Jungs. So, diesmal. Diesmal schaffen wir's. Oh, oh, fuck! Diesmal schaffen wir's, wollte ich sagen. Aber ich glaub, das wird wieder nix. Schieb mich noch mal anbinden. Wissen Sie mich nicht anschieben? Kommt der mich kaum hier hoch. Da kommt gerade überall hier. Wird das heute noch was? So, okay, endlich! So, scheiße. Eisbolle, du, au! Ach so, Lady, aber ich tue mir vor's Auto rennst. So, fahr doch mal los jetzt hier! Kann ich eigentlich auch noch hinten feuern? Geht das? Irgendwie will er nicht nach hinten schießen. Äh, du scheiße! Nehmt doch mal die Klare noch mal raus. Feuer mal hier, aber der schießt ja nicht. Weg! Jetzt weiss ich, warum ich den Leichenwagen gekriegt hab. Oh, ich komm hier nicht weg! Oh, nein! Fuck, ich komm hier nicht hoch! Oh, nein! Ich glaub, mein Auto ist im Arsch. Oder? Ah, doch, es geht, es geht. Schieb mich doch mal an, meine lieben Cops. Ja, jetzt, jetzt könnt's, jetzt könnt's was werden. Nein, nicht, nicht abträgen! Anschieben, hab ich gesagt. Nicht abträgen. Anschieben! Ich will dieses Auto mit zu Salieri bringen. Hör mal auf zu feuern, du blöde Sau, du! Ah, fuck! Ich komm hier nicht an! Verdammt nochmal! Ich schaff es nie, bei Salieri anzukommen! Das gibt's doch gar nicht. So, wo ist er wieder, der Scheißer mit der Kanone hier? Der ist weg. Okay, jetzt aber. Diesmal wird das was. Drückt mir die Daumen, Leute! Nein! Nein! Ich kann doch nicht verschaden! So, tschau, Jungs! So, hier geht's lang. Kommt, fahr'n mal los jetzt! Kommt! Nein! Aus, aber ab, ihr dummen Zäue! Er schießt nicht rückwärts, lieber Tobi! Ihr habt's gesehen, ich hab's ein paar Mal versucht, es geht nicht. Rückwärts kann er nicht. Es kann er offenbar nur, wenn er hinten sitzt. So, geh'n mal hier hoch. Kommt! Ab hier! Ups! Ja, komm! Ah, jetzt geht das nicht. Kommt da nicht hoch. Naja, was sonst. Ich dachte, die könnten doch vielleicht flüchten und die können mir da nicht nach. Aber das war nix. Achtung, hierher! Was hab' ich gesagt? Jetzt aus dem Weg. Oh, das ist ja gar nicht alarmiert. Unfall! Ja, was denn? Wo denn? Ich hab' ja gar keinen umgefahren. Ist doch gar nicht wahr. Ist doch gar kein Unfall. War nur so'n blöde Telefonzähne. Ei! Jetzt schießen die schon wieder hier. Ups! So, jetzt kommt. Jetzt diesmal schaffst du's zu Saleri. Verdammt nochmal, das muss doch gehen! Es kann doch nicht sein, dass man das hier gar nicht schaffen kann. Hau'n da mal! Ah! Könnt ihr euch? Bam! Oh, fuck! Jetzt fahr' nochmal! Mensch! Tobi, Tobi, Tobi! Fahr! Fahr' nochmal hier! Okay, jetzt weiß ich auch, wie man nach hinten gucken kann im Notfall. Einfach mal kurz klar entzücken. So. Okay. Bremsen, Tobi! Bremsen! Iaiaiai! Okay, schöne Pirouette war das. Hat mir gefallen. Da hinten Shepards auch nur noch. So, und jetzt werde ich mir nicht... Diesmal schieße ich mir den Weg frei. Wo hast du denn die Magnet? Gib mir die Magnet! Da! Na, jetzt sind sie mir denn nicht da. Ja, war ja klar. Jetzt sind sie nicht da. Wie mit ihrer Sperre hier. So, jetzt komm. Da schaffst du. Da schaffst du! Diesmal wird das was, Tobi! Komm, Tobi! Los! Jetzt haben wir genug mal gelost hier. Jetzt reicht's mir langsam. Halt! Bremsen, bremsen, bremsen! Bremst nochmal! Fuck! Nicht schleudern, bremsen! So, jetzt! Los! Fahr da mal ein bisschen schneller! Achtung! So, und jetzt! Los! Ah! Ich kann da nicht rein, wenn ich die noch am Arsch hab. Dann klappt das nicht. Halt mal auf zu feuern, du Spacko! Ach, hier kannst du den Posten brettern. So, jetzt bin ich nämlich los. Den Arsch. So, rein bin ich los. Ich glaub, der hat einen Motor-Schaden jetzt. Komm, hier rein, hier rein, hier rein, Tobi! Ach, scheiße! Straßensperre! So. Komm, hier, hier. Ah, hier! Fuck! Ja, schon wieder Bullerei. Ja, hau nur mal ab, du! Ich will nur zu Salieri. Ich tue noch keine Fahrzeuge. Ich will nur noch spielen! Ja, hier Salieri. So, jetzt komm, jetzt fahr da rein! Fahr da rein! So, vielleicht klappt das. Ach, du Scheiße, das sieht nicht gut aus! Lauf, Tobi, laufe! Und wo hab ich Dekorier ein bisschen? Hör mal auf, du Schiesse! Oh, 34 Leben hab ich noch. Vielleicht sollst du mal eine andere Waffe nehmen? Wo ist da? Da, voll aus. Aber da hab ich kaum mehr Munition. Was nehm ich denn noch hier? Da, weg, nehm. So, da vorne liegen ja auch noch Warteln. Da? Keiner mehr da? Ah, da sind noch welche? Nein, hab ich. So. Dich mach ich auch noch kalt. Oh, komm. So, jetzt ist gut. Äh, das lebt ja noch, oder was? Muss das jetzt sein? Lauf, Tobi, lauf! Oh, warte, warte. Hau ab, hau ab, hau ab! Oh, meine Automatik. Ich liebe meine Automatik. Da, noch einer. Okay, das war's jetzt aber wirklich. So. Jetzt hab ich auch noch zig, zig Polizeiautos hab ich noch mitgebracht. Um meine Sammlung zu vergrößern. So, dann stell den halt da, da, da hinten in die Garage oder irgendwo. Komm, stell den mal da rein. Komm, fahr mal los. Komm. Wir haben über die Leichenbärge gefahren hier. So. Oh, ich hoffe, ich darf den behalten. Das wär nämlich noch cool. Und vielleicht könnte ich auch noch einen Polizeiwagen nehmen, oder? Und gucken, ob ich den behalten dürfte. Das wär ich nämlich auch noch cool. Ah, ich kann den aufbrechen. Das ist ja schon mal gut. Was ist das? Okay. Schuberzix Police. So. Da wir ja schon Schuberzix haben, stell ich den hier dazu. So. Dann, okay. Wir schließen die Mission hier ab, meine Lieben. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Tschüssi. Billis Vater, der Stadtrat, war ziemlich sauer auf uns. Und er war Morellos Bosenfreund. Ohne die Hilfe der Mafia hätte er sein Amt niemals bekommen. Außerdem begann ja die Polizei auf uns zu hetzen. Also hatten wir jetzt die Gangster und die Bullen gegen uns. Ah, kommen Sie. Hey, beide Seiten haben davon profitiert. Die Polizei stand gut da bei der Verbrechensbekämpfung und kassierte gleichzeitig dicke Prämien von Morello, den sie dafür in Ruhe ließen. So. Also, los geht's. Auf zum Schluss. Jetzt müssen wir gucken, wo das überhaupt ist. Die wissen, ich fahre aus alter Gewohnen. Oh ja. Wer war ich zuerst aus? Ich natürlich. Wer auch sonst? Ich muss schnell gucken, wo muss ich überhaupt hin? Okay. Also, das ist gar nicht so schlecht. Ei. Ei. Und die geht jetzt aber nicht runter, oder? Polizei. Ja, damit ihr da auch ein bisschen was gesehen habt von der ganzen Stadt. Also, wie gesagt, nach Möglichkeit werde ich euch da so immer ein bisschen andere Wege fahren, weil ich möchte es erstens auch selber... Ah, ja, was war das? Ah, das war nur der Einfahrt. Okay. Kannst du da runterfahren. Also, wir sind da. Wir sind da im Lagerhaus. Das muss es sein. Da ist... Ah, da geht auch ein Tor auf. Sehr gut. Ja, super. Hallo, Pauli. Wir fahren zu einer Farm vor der Stadt und holen ein paar Lkw-Ladungen besten Fusel ab. Wir wollten dich dabei haben, falls es Ärger gibt. Es müsste aber echt locker sein. Das würde ich gehen. Du musst gar nichts tun. Sei einfach nur da. Kommt er jetzt? Wow. Aua! So, okay. Endlich konnte ich ihn am Kopf erwischen. Liegt er? Ja, ich glaube, er ist tot. Aber ich auch fast. Scheißdreck. Habt ihr es gemerkt? Das ist ja verdammte Schrotmunition. Obwohl der so weit weg war. Hat der mich beinah erledigt, die Sau. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020